Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 22.03.2024 und das hat unser DAX schön gemacht, oder? Jetzt war wirklich mal wieder für beide Seiten was dabei, für die, die abwärtsorientiert unterwegs sind, für die, die eigentlich permanent im Aufwärtstrend shorten, sozusagen auch mal wieder was mit dabei gewesen, aber eben auch für diejenigen, die gerne solche Rückläufe abwarten, die ein bisschen so traden, wie wir das auch immer versuchen vorzuleben, Rücklauf abwarten und dann eben sich wieder auf der Longseite positionieren. Ich denke auch, dass wir mit dem, was wir gestern gesagt haben, damit eigentlich ganz gut gesessen haben. Also wir haben gesagt, 1.91 ist eine schöne Reaktionsmarke, die soll nach unten ziehen, soll aber eben auch eine rote Stundenkerze vorweg schieben, um das quasi zu initiieren, die man dann eben mit Subloss drüber nutzen kann. Das haben wir bekommen, er hat schön durchgeschoben. Zielbereich, hat man gesagt, sollte im Bereich 1840 bis 1789 liegen. Da ist er, sagen wir mal so knapp drüber, hat er sich aufgedreht. Da haben wenige Punkte gefehlt, aber man hat das Auftreten eben schon gesehen mit der grünen Stundenkerze. Und auch das hat man gesagt, dass für diejenigen, die eben auf der Longseite was suchen, hier in dem Bereich dann eine grüne Stundenkerze halt auch reizvoll wäre, um dann eben wieder hochzudrücken und ist dann hier zum Abend hin. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen blinzeln, erkenne ich gar nicht mehr richtig. Ne, die 1.91 hat er nicht schon mal getroffen, aber hier 1.80 nochmal angelaufen und ist damit so gesehen auch erstmal noch im Aufwertstrend. Jetzt haben wir aber eine rote Tageskerze bekommen. Die schiebt jetzt hier von links natürlich einen längeren Schatten ab. Kein Durchschnitt ein erstes Zeichen sein, dass hier ein bisschen Ermittlung reinkommt. Nun trifft hier aber Freitagsstärke auf mögliche Umkehr. Das wird nicht ganz einfach. Ich glaube, es würde sogar nur funktionieren, wenn er sogar das Hoch stehen lässt und keinen Aufwärtsgib reinbringt. Also sollte unser DAX tatsächlich zum Freitag jetzt ein bisschen schwächer rein starten, könnte ich mir vorstellen, dass der einfach diese Abwärtsbewegung nochmal nach unten rauszieht und hier noch so einen zweiten Ast reinstellt. Ja, also wenn er unter 1.50 jetzt wirklich nach unten drückt, das ist einfach von dieser 1.90 nochmal so eine Reaktion, wie er schon gemacht hat. Vielleicht drückt aber dann eben klar rein in die 18.40, 17.980 in dem Bereich, also ein bisschen tiefer als es da jetzt hier war. Und hier quasi einfach nochmal so einen Schlenker reinsetzt. Das wäre so die Erwartungshaltung, die ich auf der Seite hätte. Wir haben oben natürlich, wenn er über 1.90 rüber geht, weiterhin die Tatsache, dass der Aufwärtsrend intakt ist. Da sollte die rote Tageskerze hier in dem Sinne überlaufen werden. Denn das haben wir ja gestern auch schon gesagt, hört der Markt darüber nicht auf. Er baut eher mehr Druck auf, auf die Verkäufer, auf diejenigen, die hier nur auf Short sitzen. Und das wird es ihm natürlich auch leicht machen, nach den nächsten Zielen aufzugreifen. Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass das nächstgrößere Ziel nach der 1.91 tatsächlich, das gar nicht mehr hier im Chartbereich zu sehen ist, sondern noch ein Packen höher liegt. Und das eigentlich alles nur kleine Durchlaufziele sind. Die 4.20 wäre noch eine schön populäre Marke, wo das dann alles eher kleinere untergeordnete Widerstände, die sich auch erstmal beweisen müssen, ob sie vom Markt denn tatsächlich auch so angenommen werden. Also 2.60, 2.30 ist oben die nächste Station. Dann haben wir hier 300 bis 3.36, dann 4.20, 5.30 und 18.600. Als nächster Zwischenposten, ich denke, wenn er zum Freitag wirklich Stärke zeigen will, wird er sich wahrscheinlich so in den Bereich 3.36 noch vorwagen. Also so in dem Bereich noch ansteigen. Wird er aber, wie gesagt, ihm, das haben wir gestern auch schon gesagt, ich habe gestern auch gesagt, dass ich mich bei einer roten Stundenkerze eher Long reduzieren würde und vielleicht sogar Short probieren würde. Auch wenn es eher außergewöhnlich ist, so etwas zu sagen. Zumindest für uns. Dort hat es aber gepasst und hier wird es jetzt auch wieder passen. Und deswegen sage ich es auch hier. Leute wollen ja immer, dass ich sowas auch konkret sage. Aber wenn ich es dann sage, dann überhören sie es meistens oder wollen es dann nicht wahrhaben. Aber auch hier kann man das wirklich wieder so sagen. Als wenn der Schwäche zeigt, hat er durchaus das Potenzial, aus der Situation heraus nochmal hier die Bewegung nach unten abzulaufen. Und das kann durchaus auch zur 18.40 bis 17.89 jetzt noch führen. Ohne, dass es sogar dem Aufwärts-Rennen einen abbrechen wird. Das wäre dann einfach ein kleiner Rücklauf im Aufwärts-Rennen. Ja, würde hier aber gut reinpassen. Und deswegen könnte ich mir unterhalb von alles, was so 18.61 ein bisschen nach unten drückt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das durchaus träger und langsamer dann abgeht wie am Donnerstag. Ja, aber dass das trotzdem Stück für Stück sich ein bisschen abkleckert. Und dann müsste man gucken, ob es dann auch dazu reicht, dass man zum Tagesende diese Schwäche dann auch gehalten bekommt. Ja, ich würde nämlich fast eher denken, wenn er es so macht, dass sich dann wirklich hinten raus auf die letzten 2.30 Stunden das dann doch wieder anders überlegt und dann wieder die Hälfte oder mehr als die Hälfte wieder nach oben auskontert und dann zurückzieht. Keine Ahnung, in die 1.50 vielleicht per Tagesschluss reingeht. Ja, das würde zum Freitag eigentlich ganz gut reinpassen. Das würde gut reinpassen. Und jetzt auf die Situation würde es wirklich gut reinpassen, wenn er ein bisschen schwächer notiert ist, seitwärts getriebener. Also nicht so schön straight fällt hier mit roten Stimmen, ganz roten Stimmen, ganz roten Stimmen. Wenn er wirklich ein bisschen gemächlicher das macht, sich aber ein bisschen runterwühlt und dann hinten raus irgendwann 20, 19 Uhr erst anfängt, das wieder auszukontern nach oben und dann trotzdem bei 1.50 rausgeht. Das wäre mein favorisiertes Szenario. Kriegen wir aber neue Hochs, also geht er uns oben drüber raus, drückt sich über die 200 raus, dann, ja, 2.30, 2.60, 3.00, 3.00, 3.00, 3.00, oh Mensch, 18.300 bis 18.336 und selbst 4.20. Das wären alles jetzt erreichbare Ziele auf der Oberseite. Ich würde es daher hier dabei belassen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, schönes Wochenende schon mal und dann hören wir uns am Sonntag wieder für die Anlöse zum Montag. Bis dann, tschüss.